Hier we go again, my friends, here we go again. Na komm, nachts, sei schneller vorbei. Echt mal. Oh, falsche Taste gedrückt. Komm schon. Wo ist die andere Feder? Feder 9. Ah, die Nacht geht langsam zu Ende. Ich bin hier so schlagartig. Mh. Weg nicht weg, du Feder. Ach, ich hab hier noch nicht mal eine Axt, fällt mir gerade auf. Aber im Dorf gibt's ja die Axt, die große. Die werde ich mir, glaube ich, auch noch holen, weil mit der gleich den Eindruck geht, schnell Bäume fällen. Macht mir auch mehr Damage. Erstmal ins Dorf laufen. Dorf Lundgren. Oh, du Schüß, oh Gott, oh Gott. Was ist mit dem passiert? Ach du Scheiße, da kommt die in der Vierer oder Fünfer drüber, hab mich zugestürmt. Und wollen mich tot. Hier vorne steht auch noch ein Baum. Oder? Nee, das war ich. Ach, ich wollte schon sagen. Alter. Was ist, was ist passiert, ey? Die sind ja plötzlich voll Akku geworden. Die sehen ich schon, alle, alle in einem großen Trupp auf mich zugerannt, ey. What the fuck? Geht denn mit denen ab? Ja, so wie lange an die Insel, ne? WTF, ey, habe ich mich erschrocken. Ich bin nicht mal mehr weggekommen, ne? Da. So. Wie der alles weg ist, ey. Ach, wie ich das hasse. Und erst mal gleich wieder einmal ins Dorf rennen, oder? In den Dorf rennen. Lass ich's. Okay, dann kann ich jetzt in meiner Leiche. Unterwegs noch ein bisschen Stoff mitnehmen. Hallo, Rahmherz. Uga, uga. Ach, hier unten haben wir auch noch ein paar Stimmen, ne? Dürfen wir nicht vergessen, diese Halter unten, ne? Oh, vier Stück. Ja, und hier ist schon wieder ein Eingeborener auf dem Weg. Oh, da ist er ja. Nein, bleib mir wo, es war mir leid. Höre mehr. Aua, was geht denn mit dir ab? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter, was ist mit denen los? Mensch. Alter, die steckt mich im Brand. Alter, was sind die so aggro? Alter. Alter, das gibt's doch gar nicht. Die sind richtig aggro, was ist, was ist passiert? Gab's ein Update, von dem ich nicht mitbekommen habe? Was sind die so aggro drauf? Die sehen dich und attackieren dich. WTF, geht das jetzt die ganze Zeit so, dass ich hinlaufe, mich loote und sterbe und wieder hinlaufe, loote und sterbe? War gar nicht. Nicht, dass die jetzt angepisst sind, weil wir ihren Häuptling getötet haben, da. Ich mein, die müssen ja aggro sein, ne? Die haben jetzt keinen mehr mit tausend Gliedmaßen, der sie befriedigt. Ja. Aber das ist schon ein bisschen anstrengend, wenn du jedes Mal sofort von denen angegriffen wirst, wenn du nur in die Nähe kommst. Die gehen ja straight auf dich drauf. Ich glaub, nachher ist mal wieder eine Punkteanpassung fällig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt bitte nach Möglichkeit nicht gleich wieder sterben, Sabrina, wenn es geht. So ging es mir wie beim letzten Mal, ich habe es noch nicht mehr geschafft, eine Leiche looten zu können. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Was war das? Oh, alles weg, Katana etc. Oh nein, da ist schon wieder einer. Geh weg, du scheiß Eingeborene, im Notfall springe ich die Klippe runter. Hey, was ist denn das hier für Einwohner? Ich habe die gerade angezündet und die leben weiter. Hölle, hier sind vier Stück. Oha. Oh shit. Lauf. Ich bin gar nicht da. Oh, die ganzen Federn, die ich gerade gesammelt habe, ne? Leck mir doch am Arsch, ey. Und den sperren das Katana, was ich gerade hatte. Juhu, jetzt sind sie schon bei uns im Dorf. Ja. Ich habe mich in der Hütte versteckt. Okay, jetzt ist er down. Ich muss jetzt zweimal anzünden. So, sieh Spiderman. Ja, wir müssen dringend unsere Mauern bauen, ey. Aber sowas von dringend. Und am besten bauen wir, weiß ich nicht, dann ist noch einer da oben. Am besten bauen wir dann nur oberirdische Wege oder so, weißt du? Komm her, Harald. Das heißt, wir müssen den ein oder anderen Baum auf jeden Fall stehen lassen. Ihr und euer Scheißgesocks geht mir auf den Sack. So. Jetzt ist er tot. Dann nur noch von ihr... Kenner. Oh. Hier liegt ein Zerstücke. Jawoll. Da rollt ein Kopf. Fuck. Bären. Komm, iss, sonst stirbst du. Sowas wie Krankheitssymptome gibt es hier aber nicht, oder? Also jetzt so durch, weil wegen irgendwelchen Bären oder sowas. Noch nicht. Okay. Haha. Ich hab dich gesehen, Olle. Komm her. Ja. Dann halt nicht. Dann bleibt halt da stehen. So, ich versuch mal da oben den ein oder anderen Baum zu fällen, ohne nach Möglichkeit dabei drauf zu gehen. Pass auf, da vorne im Wald steht noch so ein eingeborenes, weibliches Vieh. Gut zu wissen. Bewegt sich aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob das ein verpacktes Vieh ist, oder? Hm. Genau hier, wo ich hingucke, aber irgendwie... Seh dich momentan nicht so wirklich. Ach so. Jetzt so. Da hinten im Wald. Jetzt steh ich fast vor ihr. Ich seh hier nichts. Echt nicht? Die ist nackig. Jetzt genau, du stehst genau neben der. Hier ist nichts. Okay, also verbuggt. Ja. Definitiv verbuggt. So, jetzt müsste ich gucken, dass ich irgendwie an eine Axt komme. Ja, im Dorfzentrum, aber... Naja. Da konntest ich doch irgendwie auch eine selber bauen, da braucht man aber so eine Strippe für, ne? Also so ein Seil irgendwie. Äh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich mein mit dem Stein, ähm, mit nem Stick und Seil, glaub ich. Ja, ansonsten Seil, warte mal. Sekunde mal, wir haben doch ein Waffendings, ne? Was? Irgendwie gehabt? So einen Waffenständer oder so? Ne. Immer nicht? Doch, hatten wir doch beim letzten Mal. Lol, was ist denn das für ein Geräusch gewesen? Ja, ich bin auch der Meinung, wir hatten einen Waffenständer. Warte, irgendwo... Boah, Gewitter, hab ich mich jetzt erschrocken. Ey, das ist kein Spiel mehr für mich. Ihr werdet alles. Na, dankeschön. Ne, hier vorm Haus, ist das hier ein Regal oder ist das hier der Waffenständer? Das sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Regal. Vorm Haus sind eigentlich Regale. Also vor dem... Dann bau doch mal aus Dick so einen Waffenständer, dann mach ich dir eine. Ja, Moment. Ähm... So, gucken wir mal. War das unter Möbel irgendwo, ne? Ja, ich glaub. Ich fäll derweil hier oben ein paar Bäume. Max, ein paar liegen schon am Abhang. Hinten, wo es hochgeht auf den Berg. Animal Trip. Ach, wir können doch noch eine Animal Trip bauen. Ja, wir können so einiges bauen. Na, wo ist es denn? Stickfans... Ich hol's hier oben jetzt mal nicht alle Bäume ab, damit wir eventuell später gucken können wegen nem Weg zum Dorf hin über die Bäume. Weapon Rack hier ist es doch. Äh... Wo stell ich's denn mal hin? Das ist so.